Die Digitalisierung liefert neue Möglichkeiten zum Informationsaustausch und zur effizienteren Nutzung von bestehenden Ressourcen. Optimale Planung und maximale Auslastung der Fahrzeuge sind für jeden Flottenbesitzer die wichtigsten Punkte, um kosteneffizient und wettbewerbsfähig zu sein. Palfinger bringt mit Palfinger Connected eine digitale Lösung, welche eine effiziente Planung ermöglicht und die Uptime maximiert. Die Erfassung von verbleibenden Betriebsstunden und die Einbindung des Servicepartners ermöglicht eine verbesserte Service- und Wartungsplanung und führt zur effizienteren Nutzung der Fahrzeuge. Ich bin der Christian, bin seit ca. 15 Jahren bei der Firma Hirzmann. Also der Flietmonitor ist in der Disposition fast ein unimperrliches Werkzeug. Ich sehe, was der Kran macht, jederzeit. Die Fahrer sind involviert, ich sehe jederzeit auf einen Blick, um einen Service zu machen, welche Probleme treten auf, ich habe die Fehler gehabt da, rund um echte Arbeitserleichterung. Palfinger Connected besteht aus einem Fleet und einem Operator Monitor, welche dem Benutzer kranrelevante Daten zur Verfügung stellen. Der Operator Monitor erlaubt dem Benutzer Zugriff auf Krandaten, Fehlermeldungen und kranspezifische Wartungschecklisten, welche einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten. Mein Name ist Josef Lierzer und bin seit elf Jahren bei der Firma Hirzmann beschäftigt. Der Operator Monitor erleichtert die tägliche Arbeit auf jeden Fall, weil man durch ein paar einfache Schritte sofort feststellen kann, wie weit man ein Gewicht mit einer gewissen Abstützung heben kann. Mit dem Fleet Monitor behält der Benutzer den Überblick über die gesamte Flotte. Angaben über Status, aktueller Einsatz und Position der Fahrzeuge können jederzeit abgerufen werden und ermöglichen einen, auf den Verwendungszweck optimal abgestimmten Einsatz. Mit Hilfe von Palfinger Connected können Probleme schnell erkannt, analysiert und behoben werden. Mein Name ist Markus Kaltenegger. Ich bin jetzt seit circa fünf Jahren bei der Firma Hirzmann angestellt. Ich bin für den Bereich Fuhrpark zuständig, das heißt für Wartung und Service der Fahrzeuge. Wir werden den Fleet Monitor sicher nutzen in der Zukunft, eben weil die Verbindung zwischen Disposition, Fuhrpark und Fahrer ist dann gegeben und dadurch erspart man sich viel Arbeit und für Telefonate. Mit Palfinger Connected sind effizientes Planen, optimierte Serviceplanung und maximale Uptime – nur einen Klick entfernt. Fчит Royalty – Fiat 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 Untertitelung des ZDF, 2020